Und damit wieder herzlich willkommen zurück bei MLB 15 The Show und wir wurden zu den Red Sox getradet und der labert gerade hier weil Nachrichten und so Und ich möchte aber nicht da, ich möchte gerne gegen Oakland, yo, das wäre doch was Zack, zack, na komm schon Okay, Training, Base Stealing, nein, nein, nein Kein Base Stealing bitte So, unser erstes Spiel in der neuen Mannschaft, den Red Sox Cool, geil Das heißt, wir steigen immer weiter höher, wir sind jetzt bei den Red Sox Wir waren vorher bei den, 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 den Nicht die Dodgers, wir waren bei irgendwas mit D Ich habe keine Ahnung So, jetzt sind wir bei den Red Sox wie gesagt angelangt und wir wollen mal sehen wie wir da so zurechtkommen Das heißt, sechste Whitefield, also wird es wohl ein zweites Inning sein, wo wir zum ersten Mal drankommen Darf ich doch, ne doch nicht, sind ja gar nicht wir, da sind wir Die Boston White Sox Ja, Nummer 17 ist geblieben Na dann, hau mal rein Das war, na ja Slow motion Okay Okay Ja Hätten wir das auch hier sehen Hier sind dran Werden wir mal versuchen Vielleicht gehen wir wieder in den Humberland hin Dann bleiben wir natürlich hier in der Mannschaft Wenn der nicht da hinten hingegangen wäre, also wenn ich den richtig erwischt hätte, dann wäre das volle Mörder an Humberland gewesen, aber was für einen, also So nicht So nicht Boah, ich hab's mal Das ist nicht so toll Und da, dreckig So, dann So, dann Die war mir grad nicht so ersichtlich So, dann Das hört eigentlich gar nicht auf. Zu früh? Na dann... Der macht einen Curve. Der macht einen Curve. Sag ich doch, der macht einen Curve. Aus. Schön sein. Ich muss ihn jetzt treffen. Sonst bin ich aus. Der macht einen Ball. Na okay. Jetzt bin ich noch tränkiger als ich ohnehin schon bin. Oh, er war drin? Echt jetzt? Der macht einen. Nee, warum sind der jetzt losgelaufen? Ich habe keine Ahnung Leute. Ja, der macht einen drückiger. So, hau rein Digga! Ja, hast du die gelacht. Das war jetzt mal so richtig. Wie, der ist trotzdem aus? Er hat's nicht geschafft. Was ein Vogel. Aber ich glaube, wir führen. So, Base-Hit. Aber eine Base ist immer so... Eine Base ist so wie nix. Mhm. Okay. Ein Ball, ein Strike. Zwei Balls, ein Strike. Mal sehen, hier kann ich irgendwas machen können. Ready with the two one. Ah! Geil! Number 23 will begin. Wir haben zwei Bases uns gesichert. Jetzt müssen wir nur weiterkommen. Am besten ins Ziel. Also zur Home Plate. So wir haben einen Punkt machen können. Und eins. Sieht nicht gut aus. Zwei Strikes, ein Ball. Nicht gut. Nicht gut. Zwei Balls, zwei Strikes. Das sieht nicht gut aus. Drei Strikes da überhaupt. Wenn er so raus... Ach! So! Oh! Das macht noch. Oh! Mach hin! the ball can get your ball back in his way. Und du nicht. Oh, du nicht. Der jetzt noch einen Ball hat, dann müsste ich eigentlich weiterkommen. Sprich ich mach automatisch einen Punkt, ich weiß es aber jetzt nicht genau. Ne. Jetzt sind das alle belegt. Ist egal was jetzt passiert. ich müsste einen Punkt machen. Ich hoffe es wird ganz. Ich will es doch hoffen, ne? Boah, ja das ist vielleicht für euch stinkt langweilig. Für mich ist das grad total spannend. Ohne Mist. Zwei Outs. Ein Ball. Zwei Balls, zwei Strikes. Scheiße man, kacke. Drei Balls, wow wow wow, jetzt wird es interessant. Also egal was jetzt passiert, entweder bin ich weiter oder das Spiel ist zu Ende. Oh, der ist auch raus. Scheiße. Hä? Punkt. Punkt, Punkt, Punkt. Schiri hat gesagt, der zählt und dementsprechend war das ein Ball und alle dürfen eins weiter und ich dementsprechend auch und somit ein Punkt. sprich, Juan nennt sich das im Baseball. So dann, hau mal rein. Wie denn der hin? Er ist bei den Red Sox. Der ist bei den Blue Jays. Bin ich jetzt doof. Der sind bei den Blue Jays eigentlich. Ja, aber vielleicht ein anderer. Sein Bruder oder so. Keine Ahnung. So, dann wieder ein Base-Hit. Ich will wieder aufs Feld. Will was zu tun haben. Ich will wieder aufs Feld. Jetzt muss ich jetzt aufs Feld. Komm mal, jetzt! Lass die Piste raus, Kitt. Los geht's! Na, jetzt rein! First offering auf der Straße. Pfff! 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 Ich habe ihn irritiert. Drei Boards. Okay. Also wenn du noch einmal daneben schmeißt, Kollege, dann darf ich auch weiter, ne? Also, habe ich ja nichts dagegen. Okay, das ist ein Strike. Das ist kein Bowl. Schade, schade, Schokolade. Hier steht, vier Ball, einweiter. Der befüllt, ne? Bisschen, ein kleiner. War wohl nix, ne? Ach, da steht ja auch einer. Ach, Sau. Nee. Er kann da ziemlich viel passieren beim Baseball, das ist halt das. Ich kann von jetzt auf gleich, kann ein Home Run kommen, dann hätten wir vier Punkte gleich mit einem Schlag, weil die Base besetzt ist. So, einen können wir weitergehen, einen können wir immer riskieren. Ich nehme wieder drei Ball jetzt. Na, schieße nochmal daneben und dann darf ich wieder einen weiter. Finde ich dann sehr knauke von dir. Ja, im Gespräch hat er einen Punkt gemacht. Wir dürfen eine Base weiter. Es steht 9 zu 3, die machen ja nur Scheiße. Ich weiß hier, ey, Oakland, ich weiß hier auch nicht. Erster Ball, also den, den Werfer würde ich rausschmeißen. Zweiter Ball, ja, was macht denn der? Ja, das ist ein cooles Spiel, das gefällt mir. Nein, gleich, und jetzt komme ich den blöden Ball, das war wir jetzt. Zehn-Sätze. War der drin? Ja, war er noch drin. Großartig, heute machen. Mist. Okay, jetzt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Egal, was jetzt passiert. Tütütütütütütüt. Immer noch selbe Ausgangssituation. Erste Ball. Alter, was macht der denn? Ich frage mich echt, was der hier macht. Zweite Ball. Alter, was treibt denn der? Ja, ich glaube, der sollte den Sport wechseln. Die Base ist loaded, also sprich, die ist geladen, sprich, alle, die die Base ist besetzt. Drei Balls. Oh, wir wetten jetzt, ich bin erst wieder da, dann bin ich weiter und auf den Punkt gemacht. Ich habe keine Ahnung, was der da treibt, der Werfer. Also, so. Ja, genau, du. Guck. Du Koch, du. Ich bin wieder auf dem Feld, so gefällt mir das, so habe ich es gerne. Warum ich das gemacht habe, ich habe keine Ahnung. Weil ich es kann. Fernando Abad wird jetzt wieder ausgewechselt, ne, endlich. Wir haben Zeit und wir sind am Schlagmal mit dem neuen Werfer, der jetzt da ist. Oha. Ja, da ist das, das Ding hier ist komplett rot, wie ihr seht. Das heißt, der kann überall hinschmeißen. Nackelcurve, was ist denn ein Nackelcurve, kenne ich gerade nicht so. Nein. So. Äh, warte mal. Und bevor der 0-1-Pitze, wird er aus der Boxen und seine Begriffe ein bisschen bekommen. So, jetzt aber. Wir haben ja schon einen auskassiert. Ein Strike. Oh, so. Double play, die Säcke. Hm, spitze Ende. Schade. Echt schade. Das Spiel war, ja, durchwachsen, sag ich mal. Es war in Ordnung. Sagen wir es mal so. Aber, ja, ich fand es cool. Im 6. und 7. Inning, die man sieht, von der 1. Base aus direkt ins Ziel. Weil der Werfer da scheiße gemacht hat. Zweimal nacheinander, so, Training. Ach, du Sau. Boah, Alter, macht doch keinen Scheiß mit mir. Puh. Überall im Arsch, hier. Man muss sich alles mal aufwerten, dann. Wenn man kann. Line-up change. Mensch. Tired of betting in the bottom half. Ask the manager to move up in the line-up. Nö. Willkommen ins Line-up. Hab ich gar nicht vor. Deshalb an dieser Stelle eine Aufnahme Pause. Wir sehen, beziehungsweise hören uns dann morgen wieder im nächsten Part von MLB. 50 Minutes. Tschüss.